Es ist der 3. Dezember, das heißt, ich packe meine Weihnachtslieder aus. Ja, generell hier in der Wohnung. Es ist so schön, wir haben nämlich im Flur so eine Lichterkette aufgehangen und noch einen Schlitten an die Wand und es ist echt, also, man fühlt sich richtig wohl. Ja, wir waren heute im Waschsalon, das heißt, ich habe wieder frische Bettwäsche und ich beziehe jetzt mein Bett um. Umziehen? Nein, ich beziehe es einfach neu. Und, ja, ich hatte heute morgen noch eine Vorlesung und mache jetzt gleich auch noch Uni-Sachen. Aber sonst läuft der Tag echt ganz gut. Ich bin gerade eben aufgewacht, ich habe richtig gut geschlafen. Ich habe gestern Bente gesehen, das hat mich so gefreut. Guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden. Weißt du, woran man erkennt, dass Zeit vergeht? Ah, mein Hahn, ich kann mir nicht einen Topf machen. Heute schon der dritte Advent. Voll krass. Ich räume jetzt die Küche auf, weil wir gestern Pizza gemacht haben und danach waren wir ein bisschen faul, die Küche aufzureimen. Und was ich erzählen wollte, ich gehe in vier Tagen, fahre ich nach Hause und ich freue mich so. Ich finde generell einfach die Weihnachtszeit zu Hause, das ist einfach so schön. Und ich beschränke gerade meine sozialen Kontakte. Ich sehe eigentlich fast gar keinen, einfach weil ich denke, dass wenn ich jetzt zu Hause fahre, dass ich dann extra aufpasse. Ansonsten muss ich heute noch ein paar Uni-Sachen machen. Das klingt immer so, als würde ich die ganze Zeit Uni-Sachen machen, aber das stimmt eigentlich nicht. Gestern habe ich zum Beispiel kaum was gemacht. Da muss ich einfach ein paar Sachen machen. Und jetzt räume ich die Küche auf, wie schon gesagt. Es ist wieder sauber. So, jetzt mache ich mal Uni-Sachen. Ich habe noch nicht gefrühstückt, aber ich warte, bis meine Mitbewohner wach sind. Ich muss eigentlich nur 40 Seiten lesen und dazu so ein leeren Skript schreiben. Spaßig. Ja, ich glaube, das ist auch nur am Anfang, oder? Wenn noch nicht alle gucken, sind die Tochter. Ja, die Backfragen. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen laufen. Paula, Kalacha und Moja, wir haben so eine Gruppe auf Instagram, in die wir so Bilder und Videos reinsenden. Und Kalacha und Paula, die waren heute Morgen schon joggen. Und ich habe mich inspirieren lassen und gehe jetzt auch joggen. Danach, also in der Stunde habe ich eine Vorlesung. Sonst habe ich auch noch, also ich habe insgesamt zwei Vorlesungen, ein Seminar heute. Und morgen fahre ich nach Hause. Das heißt, ich muss noch packen. Wir machen jetzt einen Wiederholen, also ich bedenken. Das ist noch posthus. Und ich bin, die ist alles in der Heather. Und ich bin schon mal ein bisschen wichtig. Ich bin dann in der Zeit, ich bin jetzt noch nicht. Okay, im Brotmührende isse ich Müsli mit Himbeeren, äh, nee, mit Blaubeeren. Ich wohne nicht mehr. Und, ähm, ja, da war mein Lieblingspodcast. Es ist ein Finisher-Podcast, der heißt All Over One. Und der ist so lustig. Also, falls du vielleicht nicht verstehst, schau da unbedingt vorbei. Die Sonne war schon so lange nicht mehr draußen. Also, blauer Himmel. Ich arbeite gerade, ähm, an einer Bio-Vorlesung. Und ich habe gerade mit Pauls geschrieben. Und wir gehen gleich ein bisschen spazieren, nachdem ich hier meinen Bums fertig habe. Ja, Pauls und ich, wir haben uns eigentlich in der letzten Woche kaum gesehen. Ich glaube, wir sind einmal spazieren gegangen. Einfach, weil wir gerade die Kontakte reduzieren. Ähm, und jetzt gehen wir halt eben auch mit Abstand spazieren. Aber es ist so schön. Und ich freue mich, rauszukommen. Ich merke jetzt schon, wie meine Socke so runterrutscht. Oh, das ist ungeil. Nichts vergessen. Meine Kniffelwürfel. Ach, ist das schön. Okay. Sag mal. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Immerhin gelb. Kommt es dir bekannt vor? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Guten Morgen. Ich habe mir heute gesagt, dass ich mal Zeit für mich nehme. Ich habe tatsächlich so in den letzten paar Wochen eigentlich, ich war die ganze Zeit am Machen und Tun. Und ich habe viel Zeit für die Uni verbracht. Ja, und ich dachte, ich mache mich jetzt auf den Weg zu so einem superschönen Ort hier in der Nähe. Das ist so mein Lieblingsplatz. Ich sitze da voll gerne und lese oder so. Ich habe meine Schwester gefragt, aber ich glaube, die kam nicht mit. Deswegen glaube ich alleine. Ja, ne? Nein, nein. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Null. Sieht ein bisschen aus, als wäre ich in der Kirche. Aber nein. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, aber nicht so teuer Vintage mäßig, sondern so günstig. So eher so günstig und so lange. Müsst ja lange suchen. It's a mess. Ich bin schon seit eineinhalb Stunden wach, weil ich an meinem Lernskript arbeite. Ich muss das nämlich am Mittwoch abgeben. Und ja, ich bin fast fertig. Es ist einfach eine Zusammenfassung von dem Stoff, was wir bisher gemacht haben. Also ein Buch und die Folien. Und das gebe ich dann auf jeden Fall hoffentlich morgen oder so ab. Also ein bisschen früher. Weil manche Fragen aufkommen. Ich studiere Psychologie im ersten Semester. Und manche denken mir so, hey, Timmy, eigentlich kannst du gar nicht so viel dazu sagen, weil du bist erst im ersten Semester. Und ich habe ja wirklich noch nicht so einen Durchblick, wie das Studium ist und wie das ja, wie das alles abläuft. Aber ich kann ja eigentlich das sagen, was ich bisher so mitbekommen habe und wie ich mich dabei fühle irgendwie. Also ich habe irgendwie angefangen, das zu studieren, weil es mich halt ultra interessiert hat. Und wie ich in meinem letzten Video meinte, ich habe ja noch nicht so einen konkreten Plan, was ich dann machen will, was auch okay ist. Aber auf jeden Fall habe ich das halt aus Interesse sozusagen angefangen zu studieren. Und ich bin halt ultra dankbar, dass ich reingekommen bin überhaupt in den Studiengang. Aber ich sitze voll oft in den Vorlesungen und ich denke immer so, boah, ist das interessant. Und ich sitze da einfach, weil es mich so unglaublich interessiert. Also ich würde auch so oder so da sitzen. Aber ich denke mir manchmal wirklich so, boah, es ist so krass, dass du das studierst, weil es ist so interessant. Also solche Momente habe ich irgendwo oft. Es gibt natürlich auch Dinge, die ich nicht so mag. Es ist teilweise auch sehr naturwissenschaftlich. Das variiert natürlich von Uni zu Uni. Aber eben viel Mathe, also Statistik und Bio. Und ja, aber alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Und ich dachte auch, dass ich viel überfordert bin. Das Wort viel mehr überfordert bin. Aber wenn man, also klar, ich bin vielleicht auch noch extra motiviert, weil ich jetzt noch Ersti bin. aber, ähm, wenn man sich das gut einteilt und wenn man Zeit investiert, das zu machen, es geht auch echt viel Zeit drauf, äh, dann schafft man das gut. Finde ich bisher. Ich werde mich gucken mit dieses Video in zwei Jahren an und denke mir so, boah, Tymi, du warst so naiv. Kann auch sein. Aber, ähm, ja, so läuft es bisher. Übrigens, ich bin so glücklich über diesen einen Ring, den ich, äh, hab. Ich hab den nämlich vor ein paar Wochen bestellt auf Vinted, also das neue Kleiderkreisel. Und dann ist es eben verloren gegangen. Also es kam nicht bei mir an, aber irgendwie wussten wir nicht. Also wusste der Verkäufer auch nicht, wo der jetzt ist. Und er ist dann doch bei mir angekommen und ich hab mich so gefreut. Und das sind so zwei Hände. Ich hab mir gestern, ähm, vorgenommen heute joggen zu gehen, aber es ist so ekliges Wetter. Ach, vielleicht gehe ich doch. Ich weiß es noch nicht. Mama hat übrigens für meine WG, für uns drei, solche, solche Hausschuhe gemacht. Süß. you 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 terms Bevor ich jetzt joggen gehe, ich hab auch Motivation gefunden. Ähm, esse ich mal was? Ob's anstrengend war? Ich glaube, ich bin vielleicht zehn Kilometer gejobbt. Jetzt geht's duschen. Tada! Ich frühstücke. Es ist halb drei. Ich habe hier auf dem Fall meinen Tofu-Scramel mit Tomaten, ein paar Oliven. Da habe ich zwei Toasts mit meinem selbst gemachten Pesto-Kurke und Felsalat. Und dazu ein O-Sack. Jam. Ich speichere jetzt dieses Skript ab und schicke das ab. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Guck mal, so hätte es ja doch, das hätte ja so gepasst. Ja, ich finde es auch nicht schön. Aber ich denke mir so für Bente. Ich war eben noch ein bisschen produktiv. Ich habe, ähm... Was habe ich nur gemacht? Ach so, ja, genau. Also dieses Skript habe ich abgegeben. Ich bin sehr stolz auf mich. Dann habe ich für... Das klingt schon wieder so cool und fancy. Aber, ähm, wenn man so Kooperationen macht, muss man halt eine Rechnung dann dahin setzen. Damit man das Geld dann sozusagen bekommt. Das habe ich gemacht. Und abgesendet. Juhu. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du feierst ganz, ganz tolle Weihnachten mit deinen Liebsten. Aber pass auf dich auf. Pass auf andere auf. Ich sage das jetzt schon mal, weil ich es natürlich nicht schaffe, vor Weihnachten noch irgendwas anderes rauszuhauen. Wieso, wie ich mich kenne. Ähm, deswegen sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.